Hallo liebe Leute, heute geht's weiter mit Black Ops 3 und jetzt mal in Zombie Mode. Ich will mich nochmal entschuldigen, dass gestern kein Video rausgekommen ist. Ich habe auch keine Zeit gehabt, was aufzunehmen. Also von dem her, ja, aber dafür gibt es jetzt mal wieder ein Black Ops 3 Video und zwar von Zombies. Das erste Zombies, Let's Play. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Bestimmt kacken wir gleich ab. Beziehungsweise ich, ja, mal schauen, wie die anderen sind. Keine Ahnung, wie sie sind. Naja. Und ich werde es auch, glaube ich, immer so machen. In der Woche gibt es immer zwei Let's Plays jetzt dann pro Tag. Also ich versuche es, dass ich es schaffe. Und dann am Wochenende vielleicht eins pro Tag. Ja, genau. Also ich versuche es und falls nicht, dann halt nicht. Oh Gott. Ich sehe schon, wir können bestimmt nicht starten, weil irgendwer nicht auf bereit drückt. Jetzt kommt, Leute, man. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt werde ich bestimmt schon die ersten drei Minuten hier nur in der Lobby hängen. Hä? Hä? geht kommen sie nicht mehr zurück A alles klar okay es kommt doch keiner mehr rein oder okay ich mag ich das nur mit nein oder nennen er nicht mit mir spiel suchen wir ja ich drücke auf bereit hier gleich starten wir damit es mit dem let's play vorangeht und nicht hier die ganze zeit warten hier 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 stelle es auf e will und ich habe jetzt eh noch nicht das dlc also er wecken das habe ich noch nicht auf jeden fall auf ich bin schon sehr hoch konzentriert auf das dlc von voll out 4 die kommen denn also überhaupt nicht zu dir oder sowas nein nein ja ich bin da schon so hoch konzentriert und da gibt es auf jeden fall auch folgen und die werde ich dann nicht live machen auf zwitschern so sondern ich würde es dann auch youtube dann auch wieder folgen raus haben aber nicht solche billigen live videos die fünf stunden dauern aber dafür voll die scheiß qualität haben nein die lade ich dann natürlich ganz normal hoch ich bin schon auf jeden Fall sehr sehr gespannt darauf was da rauskommt wird und je jetzt bitte stunden warten m m er war zu warten ich verlaube ich auch die ganze Zeit dauer meinig natürlich pfeife der auch schon folgt der baut der baut verliebt naja das wird zwischen 100 stunden lauten und dann werden bestimmt gleich ob kann um hallo Läder hier muss hallo ich will ich vor uns da passiert glaube ich nix ich will es doch okay m m das ist das ist schon wie das ende oder was hell fehl ich glaube ich machen kurzen schnitt und versuche in eine schöne lobby rein zu kommen ich schneide das natürlich dann zusammen weil hier gleich die ersten paar minuten jetzt überhaupt kein gameplay ist natürlich scheiße ja auf jeden fall ich mache einen kurzen cut und versuche in eine gute lobby rein zu kommen und lobby reingejoint vorher war ich auch in der lobby und ich hab gedacht ach nice endlich aber nein sprichst du mit mir ähm ähm das geht bei ach so jetzt ja das freu ich mich auch was ist mit dir passiert was ist mit dir passiert aber jetzt bewegt sich auch der liebe spieler so jetzt endlich mal eine lobby das hat jetzt echt lange dauert jetzt ich hab jetzt da 10 minuten lang rum gewartet dass ich eine lobby ähm bekommen oder halt beitrete so so jetzt erstmal ein bisschen gute bekommen und dann eine Waffe kaufen oder eine gute so ein Tutel ich überspring mal die rechte Verlesung und leg euch alle gleich um so mal schauen wie lange wir überleben hehehe 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 nicht hauen das ist nicht nett ich brauche äh ach am besten weißt du was hier los ist Moment also für die Zombies hier kann man ruhig die Schroffelnden benutzen meiner Meinung nach nicht im Multiplayer aber meinetwegen Zombies das ist mir egal ach das kann hä Moment das kann man doch aufmachen oder ach genau wenn man genau wenn man von genau so geht's auf wenn man da als Bestie da darauf springt zu genau hier die kann ich ruhig kaufen die Sohn die Marke vorzeigen ach so ich konnte nur nicht kaufen so ein Dreck naja egal müssen wir noch Portis machen wo es sind denn paar Zombies hier rot 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 also meiner Meinung nach hier in COD da kann man das wirklich noch verbessern von der Grafik her wenn man hier die Zombies wegschnetzelt hier damit das auch realistischer ausschaut hier mit dem Blut und wenn man die abschießt da geht überhaupt erst gar kein Blut weg und erst wenn die tot sind geht halt Blut weg also das ist halt so realistisch auch wie bei zum Beispiel den Lost of Us hinkriegen also wenn die das schaffen dann wäre ich echt happy darüber weil ich auch schon sehr viele Zombiespiele gespielt habe die aber auch nur darauf ausgelegt sind und deswegen ja also es wäre wer auf jeden Fall cool wenn sie das auch noch verbessern würden so aber ich werde damit bestimmt nur noch Bettel viel zocken wenn es nächste Bettel wieder rauskommt wenn ich ganz ehrlich bin ich bin ganz ehrlich Mock halt Bettel viel lieber ja jetzt sagt es ja 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 dann sage ich halt es ja 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 das ist mir ja ach Moment Moment zack funktioniert wieder so genau die Schruppflinte brauche ich auch ich kaufe die jetzt hier die sind Zombies echt Gold wert also nicht Gold aber die bringt sich ich weiß nicht wie der Scheiß funktioniert aber ich gebe mein Bestes mal schauen so 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 jetzt wieder mein Headset hier ein bisschen rumgeruckelt so wer hat dir erlaubt mir so nahe zu kommen wer hat dir erlaubt mir so nahe zu kommen wäre ja noch Moment ist irgendwo zum Mikro ist ach doch auch mehr nichts ich Idiot so ist auch zu Kollege, pass auf, wo du hinläust so Servus Opa Franz Zivilschützer offline ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich halt noch nicht so aus hier Zivilschützer, was soll das sein? das ist jetzt eine blöde Frage, aber was ist denn das? ich weiß es nicht ja, jetzt ach, ich kann auch nix schade ah, da kommen sie raus das kann ich wenigstens wieder reparieren sag 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 ach, das muss schon halten ja hä, ok ist auch wieder so eine Kette also wenn es darum geht ich bin vielleicht kein Noob vom können hier, aber wenn es um Sachen geht muss ich auskennen können äh, soll ich kann mir soll da bin ich vielleicht schon so doppelte Punkte jetzt die alle jetzt da bei mir ist genau Scheiße oh oh Junge die sind jetzt alle bei mir ja toll Moment, ich muss jetzt hier mal eine Deckung gehen hier ich weiß nicht, ob sie das erwischt, wenn ich da ne äh, Granaten wirf Moment, ich muss das mal ach, bis jetzt nicht gut auf Wiedersehen so ach, wieder Muniz und gut gut gut, 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 gut das weiß ich, dass ich heute etwas geschafft habe so, mit dem das hier wieder jetzt bockt es wieder ein bisschen rum lecker lecker so hallo hallo ach so so ist hier noch jemand hallo hallo überall das Gestöne hier oh oh ii ach, ist das die Kettenvolle? Moment was ist denn das hier? ja oh man das wirst du bereuen und zwar bald so wer will was über das Gesetz wissen wir sind da wie sind die da hochgekommen? nein nein jetzt ohne Scheiß jetzt hier haben wir hä? das geht doch nicht mehr zu, wenn man das mal äh aufgemacht hat, oder? hm komisch echt komisch naja hier ist die Kuda das hätte ich mal auf Streife gebraucht gute Waffe das ist echt die gute Qualität ach hier hier geht es hoch aha ach so hallo das ist sehr positiv für die Frau so so gehen wir den lang her wie hoch kann der springen? ach ok nur so hier irgendwie wollen wir hier irgendwas zu aktivieren oder was? hier als bestie also ich nenne es jetzt hier mal so bestie-modus ach das ist zum drücken zum drücken von Knöpfchen oh von mir reicht so nicht der einzige der sich hier noch benommen fühlt das andere noch wie so eine Statue kotzen kotzen, aha da musst du halt lieber her kotzen, ne? ja geil wieder Munition sehr praktisch weil hier von der Schruppflinte die Munition kostet echt viel ich weiß nicht ob das hier sicher ist ich weiß nicht ob das hier sicher ist eigentlich ist es nirgendwo sicher aber vom Platz her wir können dann nur von da oder von da kommen von dem her benutzen wir mal die Kuda hier benutzen wir mal die Kuda hier wissen wir es eigentlich wenn ich jetzt noch normalerweise naja egal hey das ist aber nicht nett ich weiß nicht ich weiß nicht ich schieße am ja bringt ich hab's nicht gewusst ja so ist hier jemand irgendjemand soll man mal kaufen nachkommt wie komme ich denn mit Grenze Ressourcen okay okay wie kann ich gleichzeitig laufen und kauen auch da ist halt drei Minuten okay achten wir mal auf scheiße so so hier jemand zu Hause komm hier ich hab unbegrenzt Munition äh Ressourcen aber dabei ich glaub das nie da ist eh glaub ich die Munition gemeint oder ich weiß nicht keine Ahnung ich hab's gerade nicht gelesen hä jetzt geht's hä hab bisschen rumgebockt wo machen wir denn hier die Lady hier ja mit den Tentakeln bisschen anfassen wissen wisst ihr was das verrückt ist uuuh oh mein Gott ja auch ne schöne Lady hier na schönes was anderes oh Strip Club oder was ist das hier wow das geht mit dir ab ne heiße Lady hier oh sag sie wow oh oh die Gäste die Gäste die Gäste Scheiße Fett Fett mit Fett Fett in die Fresse Fett Sack Fett Sack Fett Sack Fett Sack Fett Sack Welcome to the Jungle Dort 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 und beinahe ja man fähig gemacht's Amiga Fett ist tot Fett ist tot ja jetzt fett und pädophil da 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 ne der war's nicht so die sind ja alle so weit weg pf 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 ja es auch in den Stromkosten sind sie hier die Mucke Molzbier 2000 keine Mucke hier ob sie vor Ort vier Style ich weiß wer du bist ich weiß was du tust ich traue dir nicht weiter als ich in einem Orkan pissen könnte Pff das soll mal aufmachen nein ich warte noch ach hier ist wie die liebe Kuder aber ich habe ihnen Munition als von dem her und wird es auch rutschereien hier Schlussverkauf ja kann haben wir mal Molzbierre ach das kostet genauso viel ach Scheiße ich geh't ach da liegt der Scheiß schon hier rum ok das kann man dann benutzen Neu Kaboomis zu erforschen glaube ich so Moment ich muss jetzt hier waaah ich mach dich gleich fertig Moment Scheiße Nein Nein Scheiße die Komma auf dem Wort von ach kacke man von jeder verdammten Seite ach wir sind jetzt erst bei Runde 9 nee oder auch Gott ist das Scheiße das ist wirklich scheiße meh ja die sind jetzt auch von hinten gekommen und die haben mich direkt hier eingekreist ich bin die nicht mehr weggekommen hier hei sie halt nein jetzt sie noch heilen können ach naja egal immerhin oder mich gehalt ich bin im Dienst dreimal angeschossen worden so zack jetzt gibt's gleich wieder nen Kotz hier glaube ich oder ja zack ich bin derjenige der die Fragen stellt fünfundachtzig okay fünfundachtzig okay nein nein ich hasse die Dinger nein die scheiß Fleischbällchen hier lecker Fleischbällchen ja zack Fleischbällchen im Sonnenangebot scheiße Junge 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 wieviel sind das hier nein da kommen wieder war scheiße Junge wieviel sind denn das ist und so wichtig das habe ich gebraucht der Wurr muss sein Kuh 11 nur dann kann die überirdische Horde abgewährt werden mhm lecker zusammen nur dann können wir die Vernichtung eurer Welt verhindern hey lady was geht ö band weg so und das muss ich dir lassen äh böses wort amigo böses wort warte halten die mir aus jetzt nein oder bitte helft mir please help help me oh man jetzt ist da meine Waffe weg toll das war nicht deine beste Aktion nein 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 scheiße man Junge das ist doch voller Bullshit man das tut mir jetzt eigentlich voll leid hier für ihm hier der heilt mich und dann wird er gleich selber wieder weg gemesselt und ich auch alter Junge 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 hier hallo Oma was geht hey Oma Omis hier Frischfleisch die laufen einfach vorbei ok wollen die kuscheln nicht ohne Scheiß wollen die kuscheln hier die kuscheln hier zusammen die Zombies oder ach der allein ist der ist noch übrig du wirst es schaffen Junge du wirst es schaffen Junge oh Fetty McFadfad ist auch wieder hier der elektrisiert ja mal den fetten der fette mit den drei Köpfen ja genau da können sie teleportieren natürlich so ein Fettsack kann sie natürlich teleportieren alles klar drück aufs Knöpfchen Junge Knöpfe sind gut glaube ich zumindest natürlich der gleich hätte ich aber auch wenn er das überlebt dann dann gebe ich ihm ein Bier aus Karamor ja oder so wow mein schöner Kontrolle hier wie Brit hier wie ein keine Ahnung äh ja 11 Uhr und naja das ist 73 Abschüsse okay ja es geht ja ich hoffe euch heute mal die erste Zombie-Folge hier gefallen ich werde es trotzdem unter der Kategorie jetzt bleibt Black Ops 3 natürlich hauen und ja ich hoffe euch hat es gefallen ihr werdet mich bei der nächsten Folge sehen mal schauen welche spiele ich dann da wieder ich glaube auch wieder Black Ops und ja haut rein viel Spaß noch euer Skykiller Peace 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 Peace